Musik Hallo, also die Freunde zu Hause. Jetzt bin ich mal im alten Las Vegas. Hier geht es ja ab ohne Ende. Über uns fliegt irgendwas. Dort oben ist eine brutal geile Show und muss man einfach mal gesehen haben. Und da drüben sind die Hangover-Jungs. Einer zumindest. So, ihr habt gesehen, in der City ist ja einiges los mit den Golden Knights. Das Eishockey-Fieber ist definitiv ausgebrochen. Aber ich bin jetzt in Las Vegas. Und wenn man in Las Vegas ist, dann will man natürlich den Jackpot holen. Und den versuchen wir jetzt zu holen. Bis später. Ciao und out.